Oh mein Gott, ich hasse dieses Teufelszeug, ist echt schlimm. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja in meinem letzten Video schon angekündigt, dass ich vorhabe, ein Pillen-Video zu machen. Also meine persönlichen Erfahrungen zur Pille. Das geschieht dann heute. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf, vielleicht interessiert euch auch das Thema. Ihr spielt gerade mit dem Gedanken, vielleicht mit die Pille abzusetzen, aus welchen Gründen auch immer, für euch. Natürlich, ich will euch einfach jetzt meine Meinung, meine Erfahrung zur Pille erzählen. Das ist persönlich natürlich, das ist subjektiv. Jeder kann machen, was er will. Ihr könnt verhüten mit dem, was ihr möchtet. Aber das ist meine Meinung jetzt einfach nur. Ich betone das so sehr, weil es ist eher ein Hass-Video. Okay, kurze Vorgeschichte. Leute, ich nehme die Pille oder habe die Pille seit wirklich sehr, 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 sehr lange Zeit genommen. Also wirklich als junges, ja, als Teenager schon, ja, als Teenager. So, warum? Ja, irgendwann bin ich halt zum Frauenarzt und dann wurde mir das vorgeschlagen. Und alle haben das gemacht. Alle meine Freundinnen haben die Pille genommen. Man hat das immer gehört, das wurde auch direkt vorgeschlagen. Das ist auch mit einem Kritikpunkt, den ich habe, dass es einfach zu schnell und vor allem jedem Mädchen, zumindest damals, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, aber ich glaube schon, dass es immer noch diese Tendenz ist, dass es zu früh und jedem einfach vorgeschlagen wird. Die Sache ist so, es ist immer noch ein Medikament, ja, und das passt auch nicht immer auf jeden. Das wird auch meistens zu schnell vorgeschlagen. Es geht noch nicht mehr darum, dass das Mädchen sexuell aktiv ist und es deswegen vorgeschlagen wird als Verhütungsmittel, sondern zum Beispiel, du hast Akne. Oder eine Freundin von mir, die hatte sehr starken Haarwuchs so am Körper. Da wurde ja einfach die Pille vorgeschlagen. Ich meine, ist das die Lösung? Natürlich gibt es Vorteile. Ich will jetzt nicht die Pille komplett niedermachen. Es gibt natürlich Vorteile. Man ist, ja, man ist flexibel. Man kann sein Leben so gestalten, ohne Periode, wie man möchte. Man kann es planen und so. Also das, man fühlt sich freier. Das stimmt schon. Aber man darf nicht vergessen, was man sich da reingibt. Ja, jeden Tag, jeden Tag gibt man sich diese ganzen Hormone in das noch junge, in seinen jungen Körper, der, was weiß ich, mit dem Körper noch anstellen wird und alles durcheinander bringt. Die Sache ist, ich kenne meinen Körper ohne Pille gar nicht mehr. Das ist das Ding. Und jetzt, als ich die Pille abgesetzt habe, das war im Mai, habe ich die Pille abgesetzt. Das ist jetzt dann bald ein Jahr, dann endlich hin. Hat sich erstmal alles komplett verändert für mich, ja. Ich habe mich sozusagen erstmal wieder neu kennengelernt. Ich weiß, dass in den letzten Jahren so eine kleine, naja, nicht kleine, eine große Bewegung gestartet ist, wo junge Frauen oder auch generell einfach Frauen sich gegen die Pille ausgesprochen haben und das nicht mehr nehmen möchten. Und das auch laut verkündet haben, ja. In Social Media gibt es auch diverse Videos hier. Ich habe das auch mitbekommen, habe das für mich selbst aber nicht so angenommen, weil ich ja einen Grund hatte, warum ich die Pille nehme, ja. Dazu gleich mehr. Ist es so, ich habe jetzt in den letzten Jahren die Pille komplett durchgenommen, also ohne diese siebentägigen Pause. Eine Periode, die keine richtige Periode ja ist, sondern eigentlich nur eine Abbruchsblutung. Das heißt, eigentlich könntest du dir die sieben Tage Pause sowieso sparen, ja. Nicht aus dem Grund, weil ich dann einfach noch freier bin und dann überhaupt keine Periode habe, sondern das wurde mir von meiner Frauenärztin empfohlen vor ein paar Jahren. Denn ich hatte, oder ihr wisst ja, ich hatte sehr starke Migräne. Über Jahre, Jahrzehnte habe ich daran gelitten. Es wurde immer stärker. Jetzt in den letzten Jahren wurde es ein bisschen mäßiger wieder, aber es ist sehr regelmäßig. Und dadurch, dass es diese Regelmäßigkeit auftrat, trat, 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 auftrat, habe ich meiner Frauärztin auch gesagt, dass es irgendwie, also sie fragt, ob das vielleicht mit dem Zyklus zusammenhängt, ja. Sie sagte aber, ja, ich habe ja gar keinen Zyklus, weil ich ja die Pille nehme. Dann haben wir aber bei, also dann hat sie beschlossen, dass wir es mal probieren, dass ich die durchnehme, dass ich überhaupt keinen Tief habe, so an Hormonen oder sowas, ja. Ich kann es jetzt nicht komplett medizinisch erklären, aber das war, was sie mir gesagt hat. Dann habe ich es gemacht, es wurde ein bisschen besser und ich bin dabei geblieben und habe die Pille durchgenommen. Das ist der Grund. Und das ist auch der Grund, warum ich die Pille weiterhin noch genommen habe. Einerseits, ja, Faulheit, mich darum zu kümmern, um ein anderes Verhütungsmittel, weil es ja doch so einfach ist, man muss ja nur schlucken. Man weiß ja nicht, was ist ohne Pille. Das ist das Ding. Ich kannte ja mein Leben ohne Pille nicht. So viele Jahre hing ich doch da dran. Und dann natürlich wegen der Migräne. Ich kann ja nicht aufhören, weil dann kriege ich dieses Tief wieder und dann kriege ich die Migräne noch stärker. Das wollte ich nicht. So, jetzt kam es so, Mai habe ich ja abgesetzt. Was war? Keine Migräne mehr. Also da war ich ja noch nicht schwanger. Sie können jetzt nicht sagen, ah ja, weil du schwanger bist, die Migräne weggegangen. Da war ich ja noch nicht schwanger. Da habe ich sie abgesetzt. Direkt dann, ich habe keine Migräne mehr gehabt, seitdem. Ich habe zwar Kopfschmerzen manchmal, so Spannungskopfschmerzen, auch das regelmäßig, aber das ist kein Vergleich. Das ist keine Migräne einfach. Alles andere nehme ich in Kauf, weil natürlich gab es auch schlechte Dinge, die dann mit dazu kamen mit dem Absetzen der Pille. Aber keine Migräne mehr ist das Beste aller Zeiten. Und ich weiß noch, dass mir viele Jahre ihr mir geschrieben habt, liegt das vielleicht an der Pille? Verhütest du vielleicht mit der Pille? Versuch es dir doch mal abzusetzen wegen der Migräne. Habt ihr mir da geholfen? Ich habe das immer ignoriert. Ich bin so dumm. Ich habe es immer ignoriert, weil ich das einfach nicht für möglich gehalten habe, weil ich es doch schon so lange hatte. Die Migräne. Ich habe sie nicht mehr. Halleluja! Das ist das beste Geschenk aller Zeiten, dass ich es nicht mehr habe. Und das war der Zusammenhang bei mir mit der Pille. Ähm, genau. Die war dann sofort weg. Ich habe es ihr auch als gesagt. Ich bin auch sehr, ähm, also ich habe es der Frauenärztin gesagt und ich war auch sehr enttäuscht, dann zu sehen, nämlich, dass meine Frauenärztin mir das ja eigentlich empfohlen hatte. Es war so eine falsche Beratung, die ich bekommen habe und das über Jahre lang so durchgezogen. Ähm, ich bin mittlerweile bei einer anderen Frauenärztin auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also man muss auch schauen, wo man hingeht wirklich. Also ich habe ihr vertraut, weil ich auch schon Jahre bei ihr war. Ja, aber, und jetzt ist es durch einen anderen Zufall gekommen, dass ich eigentlich, äh, bei einer anderen Frauenärztin bin jetzt. Egal, auf jeden Fall bin ich jetzt sehr zufrieden, weil ich, ähm, ja, auch ein bisschen das Vertrauen verloren habe dadurch, weil sie mich da falsch beraten hat, muss ich sagen. Klar könnte man auch selber, ich meine, ich bin vielleicht auch naiv, aber man glaubt das ja. Ich meine, was soll ich sagen? Ich bin ja da in dem, ähm, in dieser Position, wo ich ihr wirklich komplett vertraue, was sie mir dann sagt, äh, wie das ist mit der Pille und dann mache ich das so. Ähm, ich sage jetzt ein paar Pros und Cons, was noch so passiert ist. Äh, absolutes Con ist, meine Haut ist so dermaßen schlecht, gibt's nicht, ja. Ich erlebe meine zweite Pubertät sozusagen wieder. Ich habe das auch von vielen gehört, dass das so normal ist oder dass viele das haben. Allerdings ist bei mir der Fall, ich hatte ja, äh, in meiner Kindheit oder in der Pubertät dann wirklich, ähm, tatsächlich Akne. Also richtig schlimme Akne. Und ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch. Glaube ich, wenn ich jetzt diese über ein Jahr ohne Pille überstanden habe, glaube ich, werde ich immer noch die Akne haben. Das ist das Ding. Also es ist sehr schlimm. Ein, ein Hoch auf, äh, Full Coverage Foundation, die ich natürlich trage, aber es ist hier extrem, extrem schlimm. Also überall so richtig so rundherum, aber es ist hier sehr, sehr schlimm. Ich habe auch schon ganz viele so Pickelmale, alles ist voll mit Pickelmalen. Es ist überhaupt nicht eben, man kann rüberfahren, man fühlt richtig diese Tausendhubbel. Es geht weiter auf dem Dekolleté, auf dem Rücken, ganz schlimm. Also, ähm, wie früher, wie in der Pubertät. Und ich habe, es war für mich immer ein großes Leiden, die Akne, also meine Akne. Ähm, ja, jetzt habe ich es einfach wieder. Aber, wisst ihr was, ist mir scheißegal, ich habe die Migräne nicht. Das ist, das ist nur äußerlich. Aber die Migräne, die hat mich zerstört. Das hat mich wirklich zerstört. Das war schlimm. Das hat mich tagelang lahmgelegt, fertig gemacht und mir die Lebensenergie entzogen. Ähm, da ist das Äußerliche, pff, scheiß drauf. Da machst du Make-up drauf und ich fühle mich okay jetzt. Es sieht man nicht, es ist okay. Man kann auch nichts machen, also ich habe auch schon versucht, ich will jetzt sowieso nicht so viel versuchen, weil ich schwanger bin. Aber ich habe schon davor ein bisschen versucht, was zu machen. Und jetzt versuche ich auch immer so pH-neutrale Seifen und sowas zu benutzen, damit ich das nicht noch unnötig reize. Aber es hilft nichts. Also alles, was ich probiert habe, hilft nichts, weil es einfach hormonell ist, ne. Da kann man jetzt erstmal sowieso nichts unternehmen durch die Schwangerschaft. Danach werde ich es eventuell mal versuchen zu behandeln. Aber das werde ich euch mit euch dann bestimmt auch noch teilen. Genau. Dann, ähm, was auch noch ist, äh, ich dachte ja mein ganzes Leben, ich sage immer mein ganzes Leben, weil ich schon so früh einfach die Pille genommen habe. Und das ist so lange jetzt, ja, so eine lange Zeit, die ich sozusagen falsch gelebt habe eigentlich. Ich dachte immer, ich wäre so ein launischer Mensch, ja, der so oft schlechte Laune hat. Nö, ist eigentlich gar nicht so. Also meine Stimmung hat sich relativ schnell erholt, ja. Also ich bin ziemlich, ja, so, also ich bin ein positiver Mensch. Das wusste ich schon immer. Ja, ich bin ja positiv, aber für mich selbst eher so pessimistisch. Trotzdem, diese Schwankungen, diese Stimmungsschwankungen, die habe ich gar nicht mehr. Oder nicht mehr so extrem. Klar, jetzt in der Schwangerschaft ein bisschen, aber ich rede jetzt von dem, die ersten Monate nach Absetzen der Pille, da habe ich schon gemerkt, dass ich das, ähm, dass ich nicht so bin. Ich bin ein positiver Mensch und, ähm, habe eben nicht diese launischen, ähm, Schwankungen. Also es ist voll seltsam, dass das einfach weggegangen ist. Also, was heißt seltsam? Das ist normal, ne? Also ich habe das auch schon oft gelesen, aber habe das nicht für möglich gehalten. Und vor allem nicht habe ich das mit mir in Verbindung gebracht, dass das bei mir so sein könnte. Ich dachte, ich bin so. Aber nein, es ist auch weg zum Beispiel. Was auch passiert ist, ist, ähm, ja, total fettige Haut, ähm, Haarwuchs überall. Also auch so in den Stellen, wo man es eigentlich nicht so gerne, äh, hat, ja, die man eigentlich immer gerne glatt haben möchte. Da wächst es jetzt schneller wieder. Ähm, aber gut. Ich habe eh das IPL an den Beinen, äh, gemacht vor, also seit drei Jahren jetzt schon. Und deswegen, ähm, wächst es da nicht so nach. Aber ich sehe, dass es trotzdem, also es ist schneller nachgekommen, als es normalerweise käme. Wißt du, was ich meine? Und auch so in den Achseln und so weiter. Schwitze viel jetzt wieder. Und ich schwitze mit Geruch. Das war auch so ein Ding. Ich habe das gar nicht mehr auch gehabt, ja. Ich habe nie mehr gestunken. Selbst nach, ähm, Sport richtig so nicht. Ähm, das war jetzt auch so ein Problem für mich. Erstens, das wieder zu haben. Und zweitens, ähm, was hilft, welches Deo hilft. Jetzt habe ich, habe ich ein Gutes gefunden. Ähm, ja. Das einzig Schlechte, was nochmal war, direkt so nach dem Absetzen der Pille, das habt ihr auch ein bisschen mitbekommen. Es war nochmal ein Follower Weekends da. Aber ich hatte so eine kurze Depression. Ähm, also eine richtig intensive aber, ja. Äh, wahrscheinlich durch dieses, diese Hormonschwankungen dann, ne. Und der Körper muss erst mal regenerieren und sich wieder selbst finden da. Ähm, also es war schon echt heftig. Echt heftig. So, wie ich da gesprochen habe, äh, wenn ich jetzt zurückblicke, so habe ich, kann ich mich gar nicht mehr wiedererkennen. Und ich wusste nicht, woran das lag. Ich konnte auch nicht klar denken und sagen, ja, das ist jetzt die Pille. Sondern es war einfach der Zustand so. Es war ganz schlimm. Ähm, ja, ganz schlimm. Also ich war schon kurz davor, äh, mir auch Hilfe zu holen. Natürlich habe ich auch erst mal mit Freunden und mit meinem Mann gesprochen und so. Und, ähm, dann, es wurde mir auch geraten, das zu machen, weil ich echt schon richtig am Tief unten war. Aber ich habe es zum Glück selbst überstanden. Und es ging dann einfach so vorüber von der, ich würde sagen, die Zeit hat es einfach geheilt, ja. Ähm, ansonsten wäre ich schon in Behandlung gegangen. Aber, ja, die Zeit hat es dann geheilt und dann wurde es besser zum Glück. Äh, aber das war echt heftig. Also ich kann, kann, kann mich jetzt nicht wiedererkennen, was ich da erzählt habe, wie ich so von mir selbst gesprochen habe. Es war ganz schlimm. Aber es ist weg zum Glück. Aber das wollte ich nur mal sagen. Es kann sein, dass es so krasse Schwankungen gibt. Und das, ähm, zeigt eigentlich auch nur, wie krass schlimm die Pille ist wieder. Oh mein Gott, ich hasse dieses Teufelszeug. Sonst natürlich, jeder kann selbst entscheiden und schauen, was ist das Richtige für sich. Sich, und das sollte man auch, das ist das, was ich hier auf jeden Fall mitgeben will. Nicht sofort, also gerade wenn ihr jetzt ganz jung seid und ihr wollt jetzt, ähm, denkt vielleicht nach, die Pille zu nehmen. Erstmal schauen, ist das was für euch? Als braucht ihr das wirklich? Ging es nicht anders? Ähm, seid ihr euch bewusst, was ihr euch da gebt, ja, mit den Hormonen? Dass das alles so außer Schwankungen, also, durcheinander bringen kann, ähm, im Körper. Aber, und, das sollte man sich bewusst, also, dem sollte man sich bewusst sein und dann wirklich auch bewusst entscheiden. Und nicht, wie sehr viele junge Frauen und mit mir eingeschlossen damals, das einfach dann so zu übernehmen, weil es so empfohlen wurde, weil es irgendwie jeder macht. Oder weil es die Frauenärztin so gesagt hat. Sondern vielleicht erst mal fragen, was gibt es für Alternativen, die für mich in Frage kämen. Genau, ähm, für mich, wie gesagt, ich habe beschlossen, endgültig. Das ist jetzt absolut aus. Wir sind, ich habe Schluss gemacht mit dir, Pille. Sorry to tell you. Aber you're dismissed forever. Das waren so meine Erfahrungen mit der Pille. Und vielleicht hat das ja, vielleicht hat das ja ein bisschen was weitergeholfen bei euch. Ähm, ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr für Erfahrungen habt und wie ihr verhütet jetzt. Genau, falls ihr nämlich nicht mit der Pille verhütet, wie verhütet ihr sonst? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Was könnt ihr empfehlen? Das wäre ganz cool. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.